Ich bin Michael Beck, ich bin zweiter Lehrer als Entwässerungstechnologe. Das ist der Lastwagen, mit dem ich heute auf Wäge bin. Mein Beruf ist am besten beschrieben mit den drei Wörtern, abwechslungsreich, vielseitig und interessant. Heute bin ich da die Liegenschaft für Spiele. Je nach Leidungsdimension und Ablautungen haben wir verschiedene Däuser zur Auswahl. Das ist ein spezielles Arbeitsgerät, das ich auf der Baustelle brauche, wenn ich auf dem Dach arbeite, ist eine Hebebühne. Man sollte die Lehre nicht machen, weil er körperlich nicht fit ist oder handwerklich nicht gut. Heute bin ich mit dem Spülbus unterwegs, aber ich schaffe auch sehr gerne mit dem Lastwagen.